Normalerweise bekommt man aus seinem Privatleben nichts zu sehen. Doch genau das soll sich jetzt anscheinend ändern. Unser Pop-Titan Dieter Bohlen ist nun auch auf Instagram vertreten und versorgt seine Fans mit allerhand Schnappschüssen, die ihn auch abseits der Bühne zeigen. Fans des Künstlers konnten es erst gar nicht glauben, dass Dieter jetzt bei Instagram sei. Daraufhin teilte die Pop-Ikone einfach ein Video, in dem er klar zu verstehen gibt, dass es sich wirklich um keinen Fake handelt. Hallo Leute, ja, es ist wirklich echt kein Fake. Ich bin jetzt wirklich auf Instagram. Ich hoffe, euch freut das. Ich möchte mich auch wirklich herzlich bedanken bei Kay und Pietro, die haben gestern da so gepostet. Ihr seid echt lieb und ja, folgt mir!